Hallo und willkommen zurück zu Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis Ja äh in der letzten Folge sind wir in der äh haben wir den Teamweg beendet Sind bis nach nur abseits zuhause gekommen Und dann habe ich die anderen Wege angefangen Beziehungsweise zuerst den Rätselweg Und äh da waren wir dann in Monaco Wir haben eine Visitenkarte von Trottier bekommen Und jetzt sind wir in Algerien und suchen Mr. Al-Jabbar So Cool äh der Paul hier möchte uns nicht zu Al-Jabbar bringen Aber der Trottier hat ja gesagt er ist in der ganzen Welt anerkannt Entschuldigung Als Antivitäten hinter Vielleicht ist das ja was Ah die Businesskarte von Mr. Trottier Das ist anders Vielleicht wird Mr. Al-Jabbar mit dir sprechen Ja Das habe ich natürlich auch Warte hier bis ich zurück Ja So Spoiler Wenn wir hier warten dass er zurückkommt Will da sein dass Mr. Al-Jabbar nicht mit uns reden will Deswegen müssen wir ihn verfolgen So Straßen der Großstadt Äh ja Und da ist jetzt das große Problem Wo ist Wo ist denn der Mit äh Paul Man kann ihn erkennen Da Aber das bringt nichts wirklich Wie gesagt man kann ihn halt erkennen an dem ersten grauen Punkt gewesen Als man es gesehen hat Aber man kennt ihn nicht so wirklich gut Mal mit den Bürgern Ich will nicht schmerzen Sie sind ziemlich beschäftigt Hallo da Aber klar Ein prospereer Amerikaner Do you know where Omar Al-Jabbar lives Omar is one of my best customers Ja Alas His address is known to few men You ever hear of Atlantis old man Atlantis Hmm Atlantis No Okay Sorry to bother you No Nobody else has to do Now let me ask the water please Ok Und zwar Ich Ich glaube okay Schaum Können wir uns anschauen Das heißt aerial views One flight up Ja Und zwar Hier den Mann mit rotem Hier den Mann mit rotem F Hier den Mann mit rotem F Und zwar Da habe ich ihn ja schon wieder verloren. Da rumläuft er. Nehmen wir mal bitte mal mit roten Fetts. Ich habe immer Fils gesagt. Ähm... ...nötter Fetts. Warum, danke. Sind Sie hier für das Festival? Äh, ja klar. Festival? Welches Festival? Warum, das Festival des Lebens, natürlich. Ach so. Vielleicht. Wann beginnt es? Es geht jetzt, Bendy. Salaam, Bendy. Nein, 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 bleib mal kurz hier. Happy thought. Hallo da. Back again, eh? Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte mit dem... Sorry to bother you. Ja, ich wollte dich auch nicht sterben. ... 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 Genau. Entschuldigung. Ich bin ein verletzter Mann. Verdammt. Entschuldigung. Ja? Ich denke, das würde dich interessieren. Warum würde ich ein Bisschen wollen? Das lässt sich größer aussehen. Wirklich? Ich könnte besser sein? Ich bin ein Bisschen in den Menschen. Lass mich das Bisschen sehen. Warum bin ich größer als du? Ich bin größer. Danke, dass ich mein Leben komplett erledigt habe. Mein Glückwunsch. Entschuldigung. Was ist das jetzt? Können Sie noch einmal Mr. Aljabar sehen? Ja, das wird wahrscheinlich daran liegen. Ja, das wird wahrscheinlich daran liegen. Natürlich. Ich will zum Ausgang. Zack, 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 zack. So. Der größte Punkt. Da ist der Diener. So. Jetzt können wir ihn einfach verfolgen. Das ist der Diener. Ah komm geh doch zur Algebra! Weißt du willst das? Uhhh Hey, where did he go? Hier unten Was? Aber ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Dieser gemeine Sau Verdammt! Ah! Ich war nicht nah genug dran, konnte deswegen nicht sehen, weil ich das Haus reingegangen ist Ah verdammt Ja, er ist wieder zurück Excuse me Hey, geh doch mal! Ja, rede doch mal mit ihm Ja Ja Ah Natürlich warte ich hier Ja Ja Ich kann ja auch hier lang gehen Ah Genie Nein! 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 Dank Ich hab mich so verkleckt, dass ich mich sogar verstuckt habe Das ist aber auch wie im Markt rum zu laufen Lieber all dich, bleib dran And whoop, 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 whoop The servant is ducking into that house Ah, yeah Oh, God's thank I don't care who he knows I don't want to see him, understand? Yeah, I understand Yes, sir Hello Aha, Dr. Jones, I suppose Yeah, let's take it easy But I'll end the video here I thank you for the visit I say bye See you next time Or see you again See you next time